ja moin pyrus heute habe ich den bad boy dog für euch ich bin ja in polen alles frei hier sollte man keinen stören wir zünden wie immer erst den einen und dann den anderen hier ist es wie ihr wisst erlaubt hier hat denn keiner du mann das waren 0,5 gramm leute den zweiten ich weiß nicht was das ist auf jeden fall keine 0,5 never ever niemals ja das like abo kommentar da hier ist gerade einer runter gefallen wir sehen uns im nächsten video